Und damit herzlich willkommen zurück zu GTA 5 im Singleplayer-Modus. Wir sind hier mit Franklin unterwegs und zwar feiern wir jetzt gebührend, dass wir den Haze geschafft haben, den Juweleraub von gerade eben noch. Und zwar bei Michael zu Hause. Da saugt jemand Staub? Das hört sich so an. Doch nicht. Ah, Mikey Boy. So, wir all good? Hell yeah, wir all good. We did. Yeah, you fucking ain't right, we did. So, here's the shot. Lester's offloadin' the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. Hell, we might actually have a little spendin' money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew, cheers. So, that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file. What is wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, no, no, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked! Hey, don't worry about Trevor. Trevor's dead. Gotta be. Besides, I didn't have nothin' to do with it. Whatever the hell it is you're talkin' about. Nothin'. Really? The criminals are believed to escape with millions of dollars worth of gems, precious stones, and fake bricks. Albert's story had a lucky escape when the thieves ran straight into him. Yeah, I was just doing my job, and I said to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. Oh, Trevor. Trevor. Oh, Trevor. Oh, Trevor. Oh, Trevor. Oh, that's when... Boo day. Trevor, baby, you wanna, you wanna smoke up now? Don't do it, Johnny. Don't do it. Trevor! You're being with my girl again? I'm speaking with you asshole. Don't do it, Johnny. I told him, Trevor. I told him. We all get high. We all get high. But that don't make it right. Leave it. The crystal has got us, babe, but they don't make it right. Don't make nothing right. Not what you're done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Trevor! I'm talking to you, motherfucker! Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Oh, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy, all right? Let's... Let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. Shh. I don't mean nothing by it, man. I just... I'm not messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Shh. That's what I'm talking about. Fuck. Honey? Next time, don't get in my fucking face. I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap. Get up. Get up. Fuck you then. No, jetzt machen wir ein bisschen die Jagd auf die Lost. Ich konnte sie noch eh nie ausstellen und so von daher. Wait. Magst du mal einsteigen? Begib dich nach Grape Seed. Oh, Tim's on there. But not that much of a hurry. But if we tripped. If we carry Johnny in the desert and then quiet down that bitch Ashley he was in, then they don't eat a fine guy about it. You think it's clever to disrespect women? Disrespect? What? I wasn't disrespecting. I was just saying we should kill her. You called her a bitch. Ain't you got a mother? Everyone got mothers. At least one. Äh, ja, wohl recht, da hat er recht. We're going up to that farm on the right? That's where they're meant to be. Hallöchen. Hey, you seen Ashley Johnny's looking for her. Well, you know, as a matter of fact, I just did, just ten minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Johnny ain't gonna be cool if you messing with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, hey, cowboy. You mind that I fucked your old lady? Sorry, what was that? Well, no, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient party of left is his little bit of brain? And the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy. Bullshit. Oh, I like it. Denial. That is first part of the grieving process. Brothers, now let's all hold hands, huh? Oh, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? Oh, die holen wir uns doch. Na, das kann lustig werden. Folge dem Lieferwagen. Oh yeah. Tschüss. Zack, den zweiten. Where's the other one? See the look on their faces? We scared them, didn't we? Yeah. Thank fuck they didn't make you for the harmless idiots you are. Alrighty, root. Now we just sit on this guy till he gets to them. You need compete belts back here. Or straps or something. I only keep things in the back. I don't mind losing. You gotta slow it up, man. That's a sharp left. Ah, I can't see us taking out all the bikers disco, boss. I mean, there'll be some by that airstrip, and some over, you know, by that... If not today, their time will soon be upon them. Ach, wir erledigen sie einfach alle. Das ist jetzt die Trevor. Nö, 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 nö. Also, man muss ja nicht übertreiben. Ich hab' auch wieder. Wenn wir alle erledigen wollen, dann sollten wir nicht ihn erledigen, sonst wissen wir nicht, wo sie sind. Na... Schön dranbleiben. Da kriegen sie doch eh. Das wissen die doch. Oh, jetzt wird's lustig. Oh, yeah. Ciao. Bäm's. Dann hat er ja gar nichts gebracht. Dann gehen wir mal rein. Na, wisch ich das Ding da hinten auch mal irgendwann. Jetzt müssen wir erst mal ihn. Dann haben wir nach. Sag. Sag. Und tschüss. So, hier machen wir mal ein bisschen den Weg zu. Oh, ein bisschen in Deckung gehen. Und zack. Der Wagen hier brennt noch nicht. Ungefährlich. Oh, hier brennt gerade alles nieder. Und zack. Wieder einer. Kann man das auch hochjagen? Nee, läuft anscheinend nur aus. Ah, kommt Leute. Ich hab' ich jetzt doch hier alle. Da haben wir ihn. Und tschau. Oh, yeah. Ich konnte die Lost and Dammit noch nie ausstehen. Die GTA 4 auch nicht. Also nie damit ihn. Ein bisschen Medi-Pack. Warum? Wenn wir schon dabei sind. Oder hauen die ab? Die haben wir noch nicht etwa ab. Doch, die hauen ab. Na, okay. Dann muss man nicht unbedingt was machen. Dann ab zurück zum Laster. Hop, 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 Jungs. Wo sind wir denn? Ein bisschen Tempo hier. Ich kann irgendwie sehen, worauf das hinausläuft. Sticky Bombs, Wohnwegen. Der mag sie nicht so. Guten Morgen. Schieb den Wohnwagen in den Fluss. Go. Go. Habe ich dich. Das ist der fuck, mein Sogge Freund. Du bist aus dem Geschäft. Die Lost MC sind aus dem Geschäft. Die Schäden und Kräden in diesem Bereich gehen durch Trevor Phillips' Enterprise oder sie nicht gehen. Was sagen Sie, dass es nicht wahr ist. Trevor! Du bist aus dem Geschäft, mein Freund. Die Aztekas sind eine internationale Enterprise. Ich denke, er bekommt es. Okay. Ich muss niemanden töten, auch als Trevor nicht, der sich schon ergeben hat. Dann ab geht's. Und tschau. Oh, fuck. Na, niemandem was passiert, alles gut. Was? Meine beste Freundin. Ich dachte, er sei tot. Du steigst schnell. Ja. 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 Ich bin. Ja. Ja. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Michael Townley. Und es ist in Los Santos. Und es hat etwas zu erklären. Sie könnten dich ausführen. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. ganz weit von hier weg. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ein. Piss! Was? So geht immer. Oh, das reicht schon mal. Um mit Fußgängern zu interagieren. Was? kann ich mir irgendwas zu essen machen wobei hier bin ich irgendwie nicht wirklich was zu essen das passt alles so Ron speak you know I don't like using these things they're listening then make it quick that business things been set up the Chinese guy mr. Chang is at the end you said that on the phone what the fuck is wrong with you damn it Ron now I'm gonna have to discipline you and you know how I feel about to be good oh yeah